Ja, hallo Leute und wie ihr seht sind wir wieder zurück in meiner kleinen Hütte, die wir hier gebastelt haben. Und es ist immer noch am Regnen. Ja, wie ihr seht sieht das ein bisschen anders aus. Ich habe eigentlich ein Texture Pack gefunden, was mir gefällt. Das ist das Misa 64x64 Semi-Realistic HD, keine Ahnung wie es komplett heißt, Pack. Und ja, wir haben ja hier so eine kleine Kiste. Was brauchen wir denn? Wir sollten mal irgendwie buddeln gehen. Wir haben noch ein bisschen Copplestone, da können wir uns dann eine Spitzhacke bauen. Drei da und jo. Okay, und dann nehmen wir uns noch eine Schippe mit. Und weil wir so lustig sind, noch eine Holzachst. Ähm, vielleicht noch irgendwie für ein paar Fackeln oder so. Die sind ja nie schlecht. Zack, nehmen wir die auch noch mit. Nehmen wir uns die beiden Äpfel mit. Und auf geht's. Runter. Äh, runter. Nein, halt. Oh Gott, ich habe rausgeklickt. Warte mal. Nein, 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 nein. Äh, nein, 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 nein. Das wäre ich beinahe. So. So. Du, 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 du. Kann ich eigentlich hier auch runter? Oh, hier kann ich auch runter. Wui. Oh, shit. Au. Aua. Ähm. Ja, wollen wir mal gucken. Da ist Wüste. Ähm. Ich hatte doch irgendwo, hatte ich hier so ein kleines. Da. Genau, hier wollte ich ja meine, meinen Mineneingang machen. So. Aha. Ähm. Machen wir mal hier ein bisschen heller. Und. Ah. Erstmal die verbrauchen. Buddeln wir jetzt hier runter und hoffen, dass wir hier irgendwas cooles finden. Da, 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 da. Da, 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 da. Äh. Ähm. Ich setze mal so etwa auf. Ja, ich weiß nicht. Wir gehen einfach erstmal runter. Vielleicht finden wir irgendwas direkt hier unten drunter. Ich muss ab und zu mal eine Torch setzen. Nicht, dass hier irgendwas drin spawnt. Also jetzt hier zum Beispiel kommt dann hier eine Torch hin. Äh. Vielleicht mache ich hier auch das alles einhöher. Ich fühle mich so eingeengt. Ich hasse das, wenn ich so eingeengt bin. Das ist schrecklich. So, machen wir hier überall noch einen weg. Steine können wir eh immer gebrauchen. Und dann gehen wir weiter runter. Oh, was ist da? Was ist da? Was ist da? Okay. So. Oh. Eisen. Eisen, 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 Eisen. Ähm. 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 Warte. Dann gehen wir in die Richtung weiter. So. Gehen wir nämlich da runter. Machen wir das hier mal weg. Bitte Eisen drunter. Bitte Eisen drunter. Ach, schade. Oh. Halt. Mit Stein. Wee. Nochmal Eisen. Nochmal Eisen. Yes. Checkport. Checkport. Okay. Hopps. 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 So. Dann gehen wir nämlich in die Richtung weiter. Und. Ja. Einfach wieder hier weiter. Runter das Eisen schmelzen wir gleich ein. Ich bezweifelte, dass wir jetzt irgendwas wertvolleres als Eisen finden. Sprich, ich brauche jetzt auch noch keine Eisenspitzhacke. Ah. Jetzt hilft dir gleich meine Holzspitzhacke hier mal kaputt gehen. Ups. Und da ist es auch schon passiert. Ähm. Ja. Hier weiter runter. Klopp, klopp, klopp. Klopp, klopp, klopp. Ähm. Vielleicht mal wieder eine Torch hier irgendwo hinsetzen. Äh. Da so. Ähm. Jetzt ist es wieder so eingeengt hier. Warte. Ich muss hier wieder, äh, überall einen weghauen. Vor allem, da können wir später uns hier auch Treppen hinbasteln. Dann, äh, können wir hier trotzdem die Treppen mal hochgehen und müssen das nix irgendwie. Außer hier. Hier müssen wir überall nochmal einen unten weg, weil wir ja die Kurve da haben müssen. Machen wir das mal so und so und so und so. So und so. Und. Uh. Oh, der Mond ist schön. Kann ich da eigentlich ranzoomen? Uh, ja. Hallo Mond. So. Wieder runter. Ab ins Loch. Ähm. Du, 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 du. Ähm. Also, dann können wir hier die Treppe. Okay. Einfach weitermachen. Du, 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 du. Ich hab nen verdammten Ohrwurm von Äquitas Ligit. Oder an den Mäht oder wie das auch so geht. Na, 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 na. Aber ich haue meine Steine und, und finde nicht mehr lang. Ne, doch, hier lang. Du, 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 du. Du, Gott, das ist das Einzige, was ich am Minecraft so ein bisschen, ja, hasse nicht. Aber, ach, das dauert immer so lange. Ähm. Machen wir hier mal wieder ne DOROTCH. Äh. Okay. Und weiter runter. Ab ins Loch. Dumm, di dumm. Dumm, di dumm. Ja, also, ähm. Euch fällt auch dieser neue Editierungs-Deal auf. Ich bin lustig. Ich nehm das grad auf und rede von dem, was ich später eigentlich erst mache. Ja, ich will ein bisschen mit der Zeit gehen Und nicht nur einfach so Video hochladen Ich möchte das alles ein bisschen Ja Ich muss üben im Meditieren Im Schneiden und alles Und Ihr seht das zum Beispiel auch bei dem Happy Wheels Videos Da sind sehr viele Textsachen mit reingeschnitten Und es wird auch am Ende jetzt immer Ein Auswahlfenster geben Womit ihr dann zur nächsten Folge springen könnt Bei Minecraft, bei Happy Wheels Habe ich jetzt das erste Minecraft Let's Play zum Beispiel verlinkt Weil ich habe noch kein zweites Happy Wheels Let's Play, deswegen Habe ich gedacht, das erste Das geht es da lang Uh Uh, eine Höhle Ähm Muss ich aber hier noch einen runter gehen So Äh Weil Da kommt die Stufe hin Dann bin ich auf Dieser Höhe Und dann kommt hier eine Stufe hin Sprich, ich mache das hier zu Ja, genau Und dann leuchten wir uns das hier mal aus Ähm Uh, Eisen Oh Gott Oh Gott, das wird viel Das wird viel, das wird viel Das wird lustig Ich freue mich jetzt schon Nicht Irgendwie nicht einfach gerade runter Das ist immer schlecht So Ähm Ja Links Oder rechts Ähm Ah Hört auf rumzubacken hier Schatten Manchmal ist das echt nervig Ähm Also hier links ist Wasser Und Hier rechts Da war gerade Eisen hinter mir Uh, Kohle Kohle kann ich immer gebrauchen gerade Gib mir mal die Kohle Rück die Kohle her Kohle, 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 Kohle Ah, nein, 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 hör auf Nein Aus, Nico Nico, aus Aus, aus, aus Fui Boah, hier ist aber viel Nein, ich habe eh keine mehr übrig Deswegen Ist das ganz praktisch Ja, also Zum Editierungsstil Ähm Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Meinung dazu abgeben würdet Ähm Ob ich das so beibehalten soll Oder Ob ich das Ja Lassen soll Und einfach nur die Videos hinpacken soll Es dauert natürlich alles ein bisschen länger Wenn ich es editiere Und Ja, es ist halt eure Entscheidung im Grunde Wenn es euch gefällt Dann mache ich das weiterhin Wenn es euch nicht gefällt Dann lasse ich es Dann könnt ihr mich mal kreuzweise an meinem Pöter lecken Und Ich mache einfach weiter Videos Und benutze das Editieren dann irgendwie bei anderen Sachen Und was weiß ich So, jetzt habe ich auch genug Eisen Jetzt wollen wir mal gleich nach oben gehen Mit der Kohle und dem Eis So ein bisschen Eisenbarren schmelzen Weil jetzt nehmen wir noch die Kohle hier mit So Und so Und so Weil gleich ist unsere Hacke auch eh kaputt Äh Sollte den wegkauen Okay Ah, verdammt Ich glaube nicht, dass ich das so schlagen kann Mal gucken Klappt das Klappt das Klappt das Äh, gleich dürfte es durch sein Gleich dürfte es durch sein Und Ah, ne, das ist vorhin gerade noch Okay Dann gehen wir erstmal zurück Ich gehe jetzt nach Haus Ich renne da hoch Und Schmelze meine Sachen Und habe dann was Neues Dann gibt's nichts mehr zu lachen Oh, ist ja schon Tag Ups Wie lange war ich denn unten? Mal kurz auf Ruhe gucken Oh, 10 Minuten fast um Okay Ab in mein Baumhaus Hallo Baumhaus Äh Komm, mach die Tür auf Mach die Tür auf Ja, so ist brav So Klappe zu Und Uh, wir haben noch Glas Ähm Tauschen wir das mal aus Und Dann verabschiede ich mich jetzt Und wir machen beim nächsten Mal Ein paar kleine Neue Tools Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss